weit weit weg Speer schon mal nehmen Oh, ich habe vorbei gerannt So Was kann man da? Sehr schön Ähm Wo sind die wir hier mal reinladen? Diese kleine Gedöns Das Eisen Halt, kleine Gedöns, danke Wir finden halt auch Der Medizinverband kann da rein Eisenbrocken Umsplitter So kann man da reinlagern Okay, wir werden sowas noch mal nehmen Weiß ich kann nicht drückt, dass ich weiteres deckt Ähm, die leere Dose Wie das aussieht, sehe ich irgendwie wirklich Ja, dann packen wir den Zieler jetzt da noch mal rein Oder, ach schrecklich So, pass ich nochmal mit Jetzt müssen wir eigentlich genau in das Haus hier zurück Ich bin hier oben gelassen Hier Da haben wir noch Rinden Ja, also Rinden-Mulch Plastik wollte ich haben Hoch, hier oben hat man noch Plastik Und natürlich Der Teufel-Kleimlinge So, dann eigentlich gleich Wo sind wir denn jetzt? Geht doch raus, ne? In das Haus, genau Genau vor uns ist Und schon gleich jetzt aber erst Geben Ernte bin ich mir auch nicht dran Seht ihr eigentlich auch nicht Hier ist schon mal nix Oh, Kevlar Natürlich nur großes Zeug hier gerade Geben wir das mal jetzt hier Ich bin schon nochmal auf jeden Fall mit Ansonsten ist ja gar nix Wir haben uns gesehen Wir waren noch schnell genug Okay Ich überlege gerade Gehen wir nochmal schnell Wir haben noch relativ viel Platz Allerdings läuft er hier rum Und da hinten lief auch Irgendjemand 45 Wir müssen mehr mit Katanas arbeiten Und später habe ich ihn doch lieber Wenn wir draußen angegriffen werden Um die Horde bitte zurückzuhalten Wir haben uns gerade Einen Medizinverband dabei Da nochmal schauen Da ist gleich die Treppe Hier sitzt einfach Natürlich Und Bis Nur bloß aufpassen Hier zurück Ich warte, hier ist nix Also Bis zu mir dennoch Das ist mir jetzt Shit Mit der Kälte ist jetzt echt kack Der Kälte ist jetzt richtig kacke, weil wir sowieso kaum Leben haben. Nicht vor, hier zu sterben. Die ganzen Erste Hilfeteile im Auto gelassen. So am Wagen. Ah, ist doch kacke. Ich habe hier irgendwie was verbandstechnisch, was uns... ...hochheilen lässt. Können wir jetzt gleich mal noch essen. So sehe ich jetzt hier auch kein Buch oder sowas. Ja. Da klingt ein Mulch. Seile brauchen wir jetzt auch nicht. Ah, okay. Wir müssen, wir müssen. Hi, du. Oh, scheiße. Habt es nicht gesehen, oder? Shit. Sind falsch. Nein, lass mich doch. Hallo? Danke. Scheiße. Okay, wir sterben. Shit. Das ist doch kacke. Mit kacke Schneesturm sterben wir jetzt hier. Da ist der Wagen. Puh, das war knapp. Puh, Speichern. Das war, das war richtig knapp. Wenn wir einmal hier sind. Muss man jetzt ja noch mit reinkriegen. Eigentlich brauchen wir die auch nicht. Okay, dann hätten wir das Haus durchsucht. Das ist kacke. Aber das war jetzt echt knapp. Puh. Das Haus, was wir... Kannst du nicht mal? Kannst du nicht mal? Eigentlich auch nicht wirklich viel, ne? Also zumindest nicht das Buch, was wir suchen. Das ist Tierfett. Lehm. Mal hoch. War nur das blöde Rinden-Mulch-Gedöns. Keiner brauchte. Und hier war halt ein Seil. Brauchen wir auch nicht. Mal alles hier drinnen lassen. Ich hoffe, das geht hier gleich wieder vorbei. Ne, warte. Bei 50. Ne, die Tür ja nehmen. Nochmal schauen. War hier irgendwas? Nein. Kein Buch. Sagen, ja, das Haus. Mal hier eine Runde und dann da abhauen. Müssen wir allerdings bis davor laufen. Bei so einem Scheißwetter nicht euch irgendwie verziehen? In irgendeine Höhle oder sowas? Ganz in Ruhe euer Zeug bluten lassen. Mal ein trocken Ziegel. Pass auf. Singt fast so, als wenn es sich beruhigt. Mal die Bücherregale genauer angucken. Den mehr gab es hier nicht. Die Tür. Zusammen. Eben ist halt, dass wir aktuell sehr, sehr viel Elektronik haben. Das ist alles echt schön, dass wir mit Elektronik rumspielen können. Das ist aber halt gar nichts, weil wir null Verteidigung haben. Also dieser... Das Zeug einfach nicht verstärken können. Weil wir da wieder den Zementen-Myshop brauchen. So, das. Unstrengende. Kommen wir hier besser raus? Äh, nicht wirklich, ne? War noch ziemlich kalt. Äh, genau. Ne. Irgendwas Haus. Was brauchen wir? Da haben wir gleich den Eingang. Mehr rüber rennen. Das, was heute irgendjemand sieht. Oh, wieder kein Buch. Noch nicht. So groß ist das Haus noch nicht. Keine zweite Etage. Also. Gleich. Und da ist das da. Und da ist das Buch. Wasserhaus. Ah. Okay. Ja gut. Wir können das Wasserhaus mit Strom versuchen, glaube ich. Können damit theoretisch im Winter auch unser... Äh. Äh. Oster bewirtschaften. Katastrophäe. Äh. Machen wir die lieber selber. Nehmen die Mechanik-Teile mit. Einmal... Okay. Alles. Vorhörig ist keiner. Wir haben keine bessere Werkbank. Haben... Nicht so mit mir... Gebäude bisher befestigen können. Das ist ärgerlich. Nicht so mit mir. Erste Hilfe. Aber eigentlich nicht wirklich. Okay. Ich leade mir die Knochen mal kurz weg. Hier ist Lehm. Und Lehm Erde. Sarah. Mach sowas nicht. Hör auf damit. Ach. Nicht schön. Mais. Brauchen wir so viel Mais? Dann hauen wir die mal kurz raus. Das da raus. Und dem hauen wir auch mal kurz raus. Und zwar später darf man noch einiges brauchen. Aber... Und den Knochen nämlich wieder mitnehmen. Die Leerredose geht nicht. Weil die braucht sowieso zwei Platz. Also das muss ich hier. Und... Okay. Das Ding ist halt... Wir haben... Ja... Kühlschrank, Solar, Web... Webstuhl. Ist halt auch sowas. Ordentliche Klamotten. Das ist so eins der ersten Dinge, die du vielleicht auch brauchst. Gerade für den Winter. Nö. Erd. Nö. So. Verbesserte Werkbank. Nö. So. Und dann... Wo ist das denn eigentlich? Kreissägetisch, Wasserhaus, Strom, Ölpunkten. Was ist denn das überhaupt? Wann kann ich denn... Wird das noch mit als verbesserte Werkbank? Ja, aber ansonsten haben wir schon Strom und alles. Dinge, die ich nicht brauche. Solarmodule. Aber Solarmodule kann ich nicht machen. Ich kann das Zeug nicht herstellen. Weil ich brauche dafür eine verbesserte Werkbank. Ja. Wird an der verbesserten Werkbank hergestellt. Wird an der verbesserten... Das ist alles... Muss ich alles an der verbesserten Werkbank herstellen. Ein platzierbares. Ähm... Wo haben wir es denn? Sonstiges, ne? Was ist das da? Sag mal, den Mischer können wir jetzt schon? Wernmülle braucht Strom. So, Ölsauger. So, warte mal. Das hat keine Technik. Das verarschen. Achso, weil mir immer noch die Elektrikteile und alles brauchen. Obwohl, die sollten wir mittlerweile haben. Dann brauche ich mir ja für Beton. Dann würde ich ganz viel Spaß mal abkriegen. Dann überlege ich gerade, ob wir das wirklich einfach machen. Und das Trophäe ignorieren. Und erstmal nach Hause machen. Ich darf, wie gesagt, die Base weitermachen. Aber bevor wir das machen, nochmal ganz kurz schauen. Wir haben noch ein Haus vor uns. Das Haus. Hinter uns. Was da müsste es sein? Ne? Das da. Also da, wo der Typ gerade rumgeistert. Alles klar, Schatz. Schlaf gut. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Ja, natürlich hast du mich doch gesehen. Ach ja. Außerdem sind wir sowieso ziemlich voll. Na, komm her. Das ist nämlich, die jagen uns ganz schön lange hinterher. Und da war schon ein ganzes Stück auf dem Rückweg. Und dachte, ja, komm, so schnell weg. Dann kurz keine Ausdauer mehr gehabt. Stehen geblieben. Und in dem Moment schlägt mich was von hinten. Und dann war das der Typ. Und wenn er mich ja zwischendurch gesehen hätte, hätte er ja wenigstens einmal gebrüllt. Und der hat halt gar nicht gebrüllt. Elektrikteile brauchen wir aber. Dadurch, dass wir das alles noch nicht herstellen können, brauche ich Spaß definitiv. Mechanischen, das kann man mitnehmen. Das kann man eh nicht mitnehmen. Ja, das kann man alles Nonsens. Die zwei Bücher hier hatten wir. Hier war dann auch nichts von Bedeutung. Dann eigentlich raus und nix, sie weg. Ich weiß nicht gerade, wir müssen sowieso dann gleich schlafen. So, unser Kollege ist müde. Das hat ein theoretisches Zeug. Das war... Lass das bitte nur eingewählen sein. Ja, okay. Ob er einen hier hat uns entdeckt? Alles, was da reinpasst, mal reinhauen. Oh mein. Die waren auch ziemlich voll. Wie gesagt, dass wir die Bretter und sowas mithaben, um uns in Notfall mal schnell ein Fundament zu bauen und schlafen zu gehen. Und jetzt so hoffen, dass wir heil ankommen. Wir haben ja nur fast noch ein bisschen Medi dabei, aber... Die Kartana ist halt ein schönen. Aber sind halt auch sehr kompliziert. Die Sperre sind eigentlich sehr effizient, weil sie die Gegner halt immer wieder zurückstupsen. Und den kürzesten Weg einschlagen. Das ist halt, dass wir hier so schnell nicht sehen, was sich auftaucht. Und auf der Straße dann schon eher. Der 50 Ausdauer ist halt wieder nix. Wir sind einmal hier oben. Das ist eigentlich nicht weit. Wie wir wieder hier unten sind. Auf der Anseite würde ich halt wirklich gerne unser Base mal vergrößern. Und vor allem unseren Freund herholen. Der wäre irgendwo noch K.O. rum. Liegen wir überhaupt hier bei... ...Rinderung. Oh, mehr geht nicht. Na dann nicht. Nee, ich glaube wir machen eher erstmal zu zur Base wieder. Wie ist halt... Wie war denn das? Der braucht Strom, ne? Damit müssen wir halt auch Strom herstellen. Hallo Kupfer und Kobalt. Was noch mal bachen? Aber wo kann ich denn sich herstellen? Du musst dich an der normalen Werkbank herstellen? Oder brauche ich dafür die bessere Werkbank? Die Aufbewahrung, Kabelmast. Windturbine. Da wird auch Kobalt fallen. Dann brauchen wir da auch Stromkabel. Ja. Ja. Bessert eine Werkbank halt. Wir sind müde, hungrig, alles. Liegt uns irgendwie gerade gar nichts. Ich muss es eher hoffen, dass wir alles da haben, um vielleicht doch mal irgendwas herzustellen. Wenn ich so fast schon wieder Zweifel daran habe. Wir können ja vielleicht schräg durch. Ja, der ist halt jetzt schon wieder müde. Obst du mir jetzt schlafen, geht halt Hunger wieder runter. Haben wir da keine Hunger mehr, haben wir das auch doof. Wir haben halt nichts mit. Oh, toter Vogel. Also schon Fleisch mehr, ne? Nur Federn. Na gut. Zeigt ein ganz schönes Stück Weg. Nach da oben mit runter. Wir waren gut ausgeschlagen. Was wir los sind. Unsere Base liegt halt irgendwo auch am Rande. Halt. Hättest du viel besser rankommen. Hier hättest du die ganze Zeit Fisch und alles. Ähm, Wagen. Komm bitte. Danke. Da musst du dich halt auch wirklich gut verteidigen gegen die ganzen Hunden, ne? Vielen Dank. Okay. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein, ich bin in die Richtung. Da kannst du die Bergbänke und sowas, die du hier mitnimmst, die kannst du eben nicht auf so einen Wagen packen, was ich sehr, sehr schade finde. Ich bin nicht froh, dass wir hier eine Karte haben, ich würde mich so oft hier irgendwo verlieren oder man würde halt dann die ganze Zeit immer nur auf so einen Wagen packen. Ich muss nach draußen rumlaufen. Ich bin nicht froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Was? Was dazu, ey? So. Gehen wir erstmal wieder zu Hause. Der Wagen darf jetzt hier stehen. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh.